Massendurchflussregler von Brooks Instrument werden seit Jahrzehnten in Bioprozessen eingesetzt. Sie setzen weltweit Maßstäbe in Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit und Langzeitstabilität. Mit diesem Know-how entwickelten wir die Massendurchflussregler der neuen SLA-Serie Biotech. Die SLA-Serie Biotech wurde speziell für Bioprozess- und andere Life-Science-Anwendungen designt, um den Regelbereich des Gasdurchflusses zu erweitern, ihre Gesamtbetriebskosten zu senken, flexible Prozessabläufe durch mehrere Gaskurven zu ermöglichen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Zwei Optionspakete machen Ihnen die Auswahl leicht. Sie heißen Performance und Premium. Beide bieten einen größeren Regelbereich, ein Ventil mit extrem niedriger Leckrate, ein verbessertes Sensordesign und vorkalibrierte Gaskurven. Das Premium-Paket bietet darüber hinaus FDA-USP-Class 6, ADI-freie Elastomere und alle erforderlichen Zertifikate. Dank seines großen Regelbereichs von 250 zu 1 kann das Ventil einen größeren Bereich von Gasflüssen regeln. Zum Beispiel können Sie einen Durchfluss von 100 Litern pro Minute auf bis zu 400 Kubikzentimeter pro Minute herunterregeln. Das bedeutet, Sie benötigen weniger MFCs und Systemkomponenten, weniger Zeit für Tests und Validierung, eine vereinfachte Wartung und weniger Ersatzteile im Lager. Das optimierte Regelventil ermöglicht darüber hinaus das Dichte absperren, auch bekannt als Zero-Leak-Buy, um unerwünschte Gasleckage zu verhindern. Dadurch wird ein separates Absperrventil im Gasversorgungssystem unnötig. Anstatt nur auf ein spezifisches Gas kalibriert zu sein, bieten die MFCs der SLA-Serie Biotech eine erhöhte Flexibilität durch vier vorkalibrierte Gaskurven. Die SLA-Serie Biotech erlauben die Vor-Ort-Konfiguration über die digitalen Protokolle Ethernet-IP und Profinet, einfach per Webinterface. Dies reduziert die Anzahl Ihrer MFC-Konfigurationen um bis zu 90%. Die Standard-Gaskurve kann vor Ort ohne Neukalibrierung geändert werden, sodass Sie Ihren Ersatzteilbestand an MFCs reduzieren können. Biopharmazeutische Systeme, in denen injizierbare Proteine wie Insulin oder Impfstoffe hergestellt werden, erfordern ganz bestimmte Materialien. Die MFCs der SLA-Serie Biotech bieten USP-Class 6 und ADI-freie Zertifizierung für alle Elastomere, im medienberührten Pfad, einschließlich der Ohrringe und Ventilsitze. Zusätzlich gewährleisten die enthaltenen 2.2-Materialzertifikate und die internationale Rückführbarkeit der Kalibrierung die höchste Reinheit der Gaszufuhr. Die SLA-Serie Biotech verfügt über zahlreiche Alarm- und Diagnosefunktionen, die eine vorausschauende und vorbeugende Wartung ermöglichen. Hier wird ein Alarm wegen vermindertem Durchfluss ausgelöst, sodass der Anwender schnell eingreifen kann. Optimieren Sie die Performance Ihrer Bioprozesse mit der SLA-Serie Biotech von Brooks Instrument.